Servus liebe Freunde der gepflegten WhatsApp-Unterhaltung, ich bin Raibu und herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo. Heute Nachmittag, am späten Nachmittag, gab es das nächste Battle Pass DevBlock News Input. Ihr wisst schon, was ich meine. Und vorgestellt wurde dieses Mal der 41M Turan 2, den ihr hier auch schon im Hintergrund seht. Wird ein italienischer Rang 2 Premium Panzer, ist aber ein ungarisches Fahrzeug. Und damit nochmal wieder ein ungarisches Fahrzeug mehr, was wir im Spiel haben. Ihr erinnert euch vielleicht, in Season 3 des Battle Pass hatten wir schon mal einen ungarischen Panzer im italienischen Baum. Nämlich den Toldi 2A auf Battle Rating 1.3. So, und jetzt bekommen wir den 41M Turan 2. Ganz kurz umrissen, die News dazu findet ihr natürlich wieder unten in der Videobeschreibung. Aber was haben wir hier? Die Hard Facts. Wir haben hier einen Panzer mit einer 75mm Kanone. Und zwar mit 25 Kaliberlängen, also eine L-25 Kanone. Ihr bekommt dafür Heat-Munition unter anderem. Mehr ist dazu noch nicht im DevBlock zu lesen. Aber Heat auf jeden Fall auch für stärker gepanzerte Ziele. Dann bekommt ihr ein, ja, ich denke mal auch für Rang 2, relativ solide gepanzertes Fahrzeug. Nämlich so auf Niveau Panzer 4, beziehungsweise Chi-He. Sind teilweise 50mm Panzerung an der Front und so 25mm Panzerung rundherum. Also an den Seiten und auch am Heck. Ihr bekommt einen 260 PS Motor, der den Panzer auf 45 Stundenkilometer beschleunigen soll. Schauen wir einfach mal, wie sich das Ding dann anlässt, wenn das Teil dann im Spiel ist. Ihr habt auch an der Seite da noch diese Heat-Schürzen, ja, diese Heat-Gitter. Die sollen 8mm dick sein. Im DevBlock steht drin, es ist Add-on Amor. Das heißt, ihr müsstet die eigentlich in der Modifikationsübersicht, wenn ihr das Teil dann in der Garage stehen habt, auch wegnehmen können. So, das sind jetzt erstmal so die Hard Facts von dem Ding. Jetzt müssen wir aber nochmal ein bisschen kurz anders überlegen. Ihr habt vielleicht mein Video von gestern gesehen. Da ging es ja um den chinesischen M64, Typ 64 von gestern. Ich hatte ja gestern da schon dann den Gedanken, wird der Typ 64, weil er ja auf Rang 3 ist, das Level 14 Fahrzeug. Und ich kann euch jetzt schon mit 100%iger Sicherheit sagen, nein, er wird nicht das Level 14 Fahrzeug. Sondern der hier, der Turan 2, wird mit Sicherheit das Level 14 Fahrzeug aus dem Battle Pass. Weil, klar, der ist Rang 2, der Typ 64 wird Rang 3 sein. Wir kennen auch schon das Boot, was es zu gewinnen gibt. Das ist ja auch wieder hier so ein Patrouillenboot, irgendwie gedönst, Torpedos, hast du nicht gesehen, mit einer 40mm. Das auch auf Rang 3 sein wird. So, und bisher war es ja immer so, Level 14 Panzer, Level 38 Schiff, dann Level 51 Flugzeug, Level 75 wieder Panzer. Jetzt müssen wir aber ganz kurz mal das Ganze ein bisschen umdenken. Ich hatte ja gestern in dem Video schon gesagt, Moment mal, wenn der Typ 64 Rang 3 ist und er ist definitiv nicht das Level 75 Reward Fahrzeug. Und das Boot wird mit Sicherheit wieder auf Level 38 im Battle Pass zu erspielen sein. Dann muss da ja noch was kommen, beziehungsweise dann denkt Gaijin bestimmt entsprechend um und packt auf Level 75 vielleicht ein Flugzeug. Oh mein Gott, F-14 Tomcat Hype ist real! So, da ist natürlich die Frage, was packt Gaijin dann da hin? Das wird spannend. Das werden wir hoffentlich morgen am Freitag erfahren oder aller, aller spätestens am kommenden Montag. Aber ich gehe stark davon aus, dass Gaijin die Bombe am morgigen Freitag dazu platzen lassen wird. Und auch wenn ich nicht fliege, interessiert mich trotzdem, was sich Gaijin da ausgedacht hat. Haut mal gerne unten in die Kommentare zum einen, was ihr vom Turan haltet und zum anderen, was ihr glaubt, was für ein Flieger auf Level 75 denn kommen könnte. So, vergesst auch bitte nicht, das Video zu bewerten. Schallert einen Daumen nach oben rein, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, gerne auch ein Abo dalassen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!